Hallöchen Leute! Und Willkommen zurück bei NewSoup Mario Bros. You! Beim letzten Mal haben wir so ziemlich alles in der Eiswahl abgeschlossen Haben auch den Secret Exit gefunden im Geisterhaus Und jetzt fehlt noch Wendys Steinblockfestung Und ich würd sagen, wir beginnen doch gleich einmal Also rein da in das Schloss Gehen wir Wendy besuchen Hey da unten sieht es verdächtig aus, bist du klein genug? Ja, ich bin klein Ähm, musst du da hin? Äh Nein Hahaha Schön von Anfang an gleich Schön, Scheiße Ja, definitiv Egal, geh mal nochmal rein Bis dahin bleib ich einfach oben stehen Na, ich bleib gleich hier oben Und überhaupt nicht bis die Plattform mit nach unten geht Das war ja ich Na gut, wobei ich wär jetzt auch klein Tust du dir das nochmal an Natürlich Münzen Und deswegen ein paar Münzen Ist gut Und das Ding wie ein verarschen Du Hast die Däune du Die Däune Ah, da rausch sie noch nicht zu ganz Hoop çch Hups Aha, ähm Ich glaube nicht Jetzt wartet doch Komm mal nochmal her ja es wird jetzt auch schon lange nicht mehr gegeben diesen Sprung er auch nicht schnell starten die sieben und das Wort was man ist ich bin versteckt man beworben der schmied der schweizarte ja das muss ich jetzt so oder so Hey, du! Kannst du nicht einführen? Kannst du sein können! Will er hoch? Was gibt's da oben? Nichts aus den Münzen. Betreu! Schiss! Betrug! Halt doch noch! Trocken! Ja, höre! wie man es macht. Er war episch durchgeskillt und dann gestorben. Lachst du mich aus oder? Ja guck mal, da kommst du schon vor Lachen. Sehen wie man sich da runterskillt. Ja einfach mal runter. Ich wollte ganz schnell runter sein. Ähm, ja. Schön tün tün. War klar. Dann kannst du jetzt wieder rausbegeben. Jetzt geht's. Definitiv. Alle drei Starcoins sind jetzt weiter zur Wendy. Wenn die wir kommen. Ja, sie folgt die Münzen einfach mal. Na ja, ich folge dir. Ups, da kann ich gar nicht. Drühe Frau. Rennen. Komm mal hütteln. Hahaha. Ich... Ah, ist das lustig? Hartlich. Ich find's cool. Ja genau. So, Wendy, wir kommen. Mit der hinten ist ein Standzeichen. Was für eins? Weiß ich nicht. Leute, schreibst in die Kommentare, was war das gerade für ein Standzeichen? Ich geh... Ich geh... Ähm... Ich werd Eiszapfen an der Decke hängen. Das gehört mir überhaupt nicht. Nee, auch noch nicht. Aber ich... Bring einfach mal gleich auf sie drauf. Ja egal. Stop it. Stop it. Stop it. Och, Wendy, geh weg. Toll. Das hast du elegant hinbracht. Hallo. Wendy, du schaffst es nicht zu kriegen. Ja. Dann krieg dich beim nächsten Mal selbst gleich da hinzapfen. Juhu. Ja du. Hahahaha. Au, scheiße. Schneller hier. Passt du leichter. Auf. Es ist in die Nacht damit. Und jetzt. Gib ihr. Ja genau, gib ihr. Bam. Ich bin zu schnell gewesen. Gib's ihr. Das kann man jetzt auch anders sehen, aber das wollen wir ja noch nicht. Könnte man. Ja, das sehen wahrscheinlich viele jetzt von euch. Kann man, muss man aber nicht. Sollte man nicht, wenn ihr noch zu jung seid. Egal. Weiter geht es nun. Haben wir alles da können, haben wir alles da können in der Welt. Kommt die Bestätigung. Ja, kommt. Alles werden müssen in der Eiswürfel-Eisfälle gesammelt. Wofür das wohl gut ist. Ja, das werden wir am Ende des Spiels sehen. Mal schauen, was uns da für ein Sieg überwartet. Ja. Ja. Hey, cool. Rusch Party. Ja. Dum 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 dum. Mit Kreuzung. Was? Bowser fliegt vorbei. Hallo? Was macht der? Ja. Hilfe! Der hat uns grad eben gekidnappt. Ähm. Lass dir das eine geleere sein. Galere. Aha. nicht zufällig an super mario post 3 ganz großes kino es ist halt wirklich genau nach die macht das ist nicht gut so leid da unten ist es da und ich hole sie damit du auch sicher bist falsch fällig oder ich genau ich fühle mich zu dir ich fühle jetzt alles ich habe sehr schön hallo ja jetzt bin ich doch das war ja so klar na luftschiff vom bowser ja gib uns mal ja da füllen wir nehmen mal so eine power eichel hier das war aber schon auch eine normale ja so eine eichel da halt keine power eichel ich sicher da wuhu der eichel wir bowser eine naja ich will schon wieder vor denen ja genau schüss dich mal mit mir ja super ich dreh mal wieder die muttern an ja genau dreh die Mutti das würde ich sonst auch mal machen ja genau toll da kannst du gar kein extra leben rausziehen ja du musst ja schon hier anfangen aber ich will mir jetzt mal die sauf haben ich will ja ich will Maja das werde ich will bis damit vom ja ist es geht findet habe ich schon eigentlich kann ich nicht eigentlich ein ich bin halt auch von kopf und natürlich ich bin auch gleich auf dem kopf unter wasser im luftschiff auch mit torpedos und torpedos unter wasser im luftschiff wie ich da schon aus meinem super mario bus 3 mark unter wasser scrolling level ich liebe sie ich wollte ja auch weiterhin lieben und ehren den bleib ist da verlaufen dass wir keine eisblume schon weil torpedos hat verfolgt die gestern geht nicht mehr naja torpedos hat am aus ich will doch trotzdem noch nicht sagen ja fuhr ja klar mini bowser unter wasser ja nun auf dem kopf an der art op so ja 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 Ich will nicht auslachen. Er wird malet. Alter. Blöden Taupé-Hotel. Ich lass dich wieder aus. Na 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 na. Ja super. Das hast du jetzt elegant gemacht. Oh Ah Ich lag dir- Ist nämlich schwer. ной Ja Ey DBK Entweder manverweiger Drogen oder gibt mehr zu tun. Oh Und tschüss. Und jetzt geht's Wasserflöten. Ja, das Schiff ist undicht. Miniboss hat ein Loch reingeschossen. Jetzt müsst ihr euch das Luftschwunter gehen. Was? Ähm. Was wird jetzt das? Ich schau wieder die blöde Hand. Haha. Daneben. Ja, da guckst du jetzt. Blöd, gell. Guckst du da blöd aus. Aus der Wäsche. Äh, nicht cool. Hab dich auch mal geil gemacht. Weil mal so ein Schluftschiff, hey. Ich hab schon vermisst. Ich hab auch mal von Boser vorbeigeflogen. Ja, und schnappt uns einfach. Naja, weiter geht es nun. Ey, unten kommen wieder ins Minzmeer dann, gell? Müsste Minzmeer jetzt sein, ja. Ja, das ist Minzmeer. Das ist Minzmeer, okay. Okay. Dann zur fünften Welt. Und zwar... Limonadendschungel. Hört sich nettern. Ein Bum-Bum, ein Giftsee und ein dunkler Wald. Ein Schauerwein. Wir haben bestimmt alle schon angeschaut. Uhuhuhuhu. Giganto-Garten. Auch das hört sich jetzt aber nicht bitte nach... Ich kenn das Level auswendig, Leute. Ah ja, stimmt. Stimmt. Gib mir ein Flughornchen und ich flieg's komplett drüber. Ja. Es sei nett zu Giganten. Brrrrrrrr. Doch wir folgen. So, dann wartet's, dann kommt hier der rote Koopa. Dann kommt hier der, dann kommt da der. Ich kenn das Level auswendig. Na, warte doch mal kurz. Wir haben die Feuerbrühe. Egal, ich will's nicht durch. Ups. Aber ich sitze immer unten drin. Da gibt's noch eine Starcoin. Ich weiß es schon. So. Grüne Koopa. Und dann kommt gleich Röhren-Action. Ja. Nee. Hast du das machen wollen? Ja. Oh. Jetzt sind wir auch drinnen. Nichts weiter als hinten. Ah. Mach auf. So. Folge dir aus der Röhre. So, weiter geht es mal. Ah. Ja. Der war eh geschnappt. Dieser Sprung. Fast nicht zu schaffen. Weil... Sei lieb zu Giganten. Ja, einem Divorzen-Mini-Spiel hier drinnen. Und halbösen-Mini-Spiel. Um. 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 Nein. Wollte ich eigentlich, ja. Zu spät. Bin schon aus der Röhre. Ein bisschen Skill zeigen. Hast du das überhaupt? Nein. Definitiv nicht. Nein. Der war edel. Es geht ab. Alles klar. Das, was du willst, Okay, das stimmt nicht. Aber du hast ja auch einen Ball verbunden. Egal! Du hast ja auch einen Ball verbunden. Hä? Das stimmt. Ich muss doch einfach mal mitmachen. ähm du hast den Block kaputt gemacht jetzt nicht mehr toll ja aber wie wir hier hochkommen ich setze mir halt einfach die Blöcke hier ganz einfach zum Glück hat man den Boost Modus finde ich cool sehr elegant jetzt hast du ihn auch wirklich gebraucht die Frage war einfach unnötig wie komm ich jetzt da hoch dumm 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 ja so was machen wir Haki Hektik oder giftige Gewässer ich würde sagen wir machen hier einen Schnitt genau das machen wir so zwei von uns genau in der Mitte ja also Leute wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder im Limonadendschungel wenn es weiterhin geht im Hickhack oder oder im wie hieß das Level im giftige Gewässer ja Leute ich hoffe ihr schaut wieder zu und verpasst nicht die nächste Folge von New Super Mario Bros U also Leute macht's gut bis dann und tschau tschau Leute bis dann bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.